Ich begrüß euch herzlich zu der nächsten Folge von Gunman Ich bin mal ein paar Schritte wieder zurückgegangen Ich dachte mir, ja, was soll's, ey, wo wird der wohl noch der 2. Luke aufgegangen sein? Äh, 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 hab ich auch mal? Wie ist das am Anfang des Videos? Okay, alles klar. Okay, ich muss mich jetzt um komische Scheiße hier kümmern, die töten muss, weil die sind ganz schön Scheiße zu mir gewesen und das finde ich nicht so nett. Also mach ich einfach mal weiter, weil diese Luke ist jetzt aufgegangen, das ist nicht Luke 2. Und, äh, Luke 2 hat meistens Dinge, die Luke 1 freundlich verborgen hat. Und, äh, entsprechend kümmern wir uns da drum. Ja, was soll's, ich kann mir da nicht aussuchen, wisst ihr? Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Okay, ja, kann man sie nicht aussuchen, wisst ihr? Das ist schon immer so ne Sache, ich kenne, es ist ja immer dasselbe hier. Man versucht zu sein Ausweg und dann muss man sich ja hier so hochklettern, und die Leute haben echt Queeds Climbing Mod gespielt. Hab ich euch schon mal gesagt, die haben Queeds Climbing Mod gespielt. Und dann springen wir da so rüber und dann geht man hier so lang und dann findet man seinen Weg. Nein, 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 nein. Boah, Smacker. Okay, also ja, ich denke, ich bin Keltas. Durch und holen mir meine Heilung. Und da ist eine Rüstung gewesen. Ich habe die Rüstung ganz genau gesehen. Man musste unlogisch lang springen, um da ranzukommen, oder? Unlogisch. Wisst ihr, ich bin hier rangesprungen. Hier so. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie der Typ, wie der Typ da so hängt. Wie er da so hängt. So. Und sich da so lang kriecht. Das geht gar nicht, aber es ist ihm egal. So, ich habe Rüstung bekommen, es ist mir auch egal. Ist mir egal, egal. Fehlfunktion. Nein. Ich komme nie wieder weg. Ich komme nie wieder. Ich bin traurig. Kann ich ja lösen. Okay, du hast mehr Angst gemacht. Egal. Okay, okay, da gehen wir nicht lang. Was soll das? Geh einfach woanders lang. Dann wisst ihr mal. Diese ganzen Chaos, wisst ihr, die ganze Atmosphäre hier, die stört einen ja geradezu die ganze Zeit. Ich will ja auch fressen wie ein Jahr, ne? Ist ja, ist ja nicht, ist ja nicht gut so, was hier so passiert. Oh, hallo, meine Freunde. Meine Sensoren melden eine große Anzahl in Klinge uns hinter dieser Tür. Ich bin nicht sicher, ob meine Drohnen alle von Ihnen beseitigen können. Massen Sie sich bereit. Okay. Hallo. Wuhu. Angriff, meine Britte-Kanone. Oh shit, ey. Okay, das sieht gut aus. Aber wisst ihr, hier, nimm, nimm den Scheiß, ey. Wisst ihr, alle vernichtet seid ihr. Alle seid ihr tot, ey. Meine Drohnen gewinnen hier. Ah, schlechter. Wo ist noch einer? Hier oben? Okay, alles klar. Ähm, gib mir mal kurz den Puls-Modus her. Okay, das wäre glaube ich besser. Äh, hinten ist nicht noch einer. Hinten ist noch einer. Jetzt ist er tot. Okay, alles klar, der hab ich. Okay, weiter geht's mit unserer coolen Action-Mission hier von diesem Planeten zusammen mit unseren Computerfreunden zu verschwinden. Yeah, ist das nicht die Action, die ich schon immer gesucht habe? Ja, das ist die, ne, Leute? Das ist die Action, die ich schon immer wollte. Die in Kuhlwitzel in uns kämpfen, die alle keinen Plan haben, was sie wollen. Das ist doch eine coole Mission, oder nicht? Yeah, ihr müsst immer weitergehen, um das Ende dieser Welt zu finden. Nur so könnt ihr das überleben. Springt einfach weiter, oder springt euch ins Klo, denn nur kommt ihr nach Mexiko. Yeah, weiter springen und wir irgendwie so eine Shit machen. Yeah, einfach weiter ballern. Ihr könnt euch ja nach, weil ihr seid so scheiße. Weg hier. Ey, wir müssen weg hier, Mann. Ich hab gesagt, weg hier. Ey, seid ihr, die sind ein bisschen bescheuert. Wir müssen weg. Weg, weg müssen wir. Hallo? Wo bist du? Ich will, wo bist du hier weg? Ich muss hier das Ding hier reinstecken? Das ist das, was du willst? Hier nimm. Drohle, drohle. Oh, du bist ein Arschloch, weißt du das? Ach, da. Das unlogische Ding muss ich... Was? Was? Wo war ich? Was? Was? Kannst du bitte noch unlogischer fliegen? Könnt ihr bitte aufhören, dieses Wort in den Mund zu nehmen? Oh, shit. Oh, shit. Das sind natürlich Geräusche. Halt die Fresse! Was? Was ist passiert? Alle meine Systeme scheinen in Kraft zu sein. Oh! Ich hab alles verloren. Ja, von mir aus, ich hab alles verloren, was wir jemals gehabt haben. Äh, gut, wir sind im Dino-Wüstenland. Oh nein, es kommt Cowboyland, kann das sein? Ich glaube, es ist Zeit für das Cowboyland, was ich schon die ganze Zeit erwartet habe. Das ist die nächste Sektion, Cowboyland. Okay, jetzt muss das soweit kommen. Irgendwann. Okay, Glück, ja klar, das lebt nur so ein Mist, ja. Oh, shit, ey. So, mal sehen, was wir hier alles finden können. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel nicht irgendwas für uns an Überraschung bereitet. Halt mal. Konnte ich den... Konnte ich den Baum hochklettern? Äh, äh, der... Ja, und jetzt? Was macht das? Ja, und? Och, egal, ey. Mann, ey, wieso kann ich einfach den Baum hochklettern? Obwohl er gar nichts ist. Voll der Assi. Oh mein Gott, ey. So, ich hab' alles scheißegal. Ich hab' irgendwie schon wieder Leben verloren. Da kommt wieder ein Riesenskorpion. Ja, oh, verpiss die. Kommt. Nein. Auf mit deinem komischen Kram. Nein. Das hat es über ausge... Dingst. Ja, okay, sehr gut. Oh Gott, ey. Das ist so... Bin ich draufgetreten? Bin ich draufgetreten? Ist er natürlich gestorben? Okay, alles klar. Find ich gut. Ruggi, fisch wieder in die Räuche. Ja, das sind echt Dinos. Da sind wir. Ich bin ein Dino. Was? Cyborg-Dino mit Antenne. Sieht das jemand? Der hat... Da hat der was. Der hat der was an der Ecke. Ist ein... Er ist ein Cyborg-Dino. Okay, alles klar von mir aus. Das ist echt ein Cyborg-Dino, glaub ich. Okay, von... Dann, 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 äh... Wieso haben die schon wieder Dinos? Ja, also sind die Cowboys hier. Egal, alles sind die Cowboys. Sind die Cowboys hier und... Ah! Schön, dass wir uns wieder treffen. Ähm... Ich bin da dreistisch so scharf drauf, ne? Aber wenn ihr so scharf drauf seid, bitteschön. So, viel Spaß mit der Granate. Und dann, was ist denn hier? So, seid ihr tot? Nein! Oh, shit! Jetzt seid ihr noch am Leben! Nein! Nein! Ich habe das hier aufgeballert, hier. Ihr blöden Penner, hier. So, gehen wir mal in Heilung. So, ich baller an. Oh! Oh! Ah! 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 Was? Ach, egal. Wieso stell ich sie überhaupt infrage, weißt du? Was? Weißt du, warum stell ich sie überhaupt infrage? Ich... Ich stell's nicht wieder infrage, okay? Muss ich da nicht hoch... Willst ich verarschen? Ich muss ja noch... Ach! Weißt du? Jedes verfickte Seil kann hochklettern. Aber wenn es ne... Leitung ist, ne? Der muss doch hier über das Dach klettern. Und jetzt? jetzt war der hook okay wo mir aus ist ja weil es heute mal da will aber keine ahnung hier ach ich weiß was dann die luft gerne die steine dort hinten sind mir relativ sicher oh ne schon wieder du oh ja machte logisch den sprung warum machst du nicht immer okay dankeschön ich habe mich weg bewegt weil er so süchtig war ich hab da auch gar keinen bock mehr drauf sind wir zu süchtig ganzen wie ich weiß ja warum nicht so ein blödes ich einfach aus dem nichts holen oh ja ich hab's verstanden ihr existiert wirklich in dieser welt ja du machst witzige geräusche ihr seid wirklich super toll ich hätte gerne mehr von euch gegner wirklich bin ich hoffe oh nein ich habe den sniper aufsatz bekommen nein jetzt muss ich unlogisch schielen erinnerung noch mal dieses sniper funktioniert indem ihr die linke maustaste gedrückt haltet da sucht er alleine dann einfach los ja so funktioniert ja hier bitteschön nummer eins ja bitte dankeschön deine belohnenden worte weil ich jetzt auch so drin gebraucht habe bei diesem blöden gegner wenn ich nicht so hart geschnibert hätte da hätten wir nicht so viel leben abgezogen egal mit der cyberding jetzt kann man gut herumballern was soll's wer ist damit los kann ich ja irgendwo durchgehen irgendwo nein danke ja dann ich gehe irgendwo anders lang sonst nichts zu tun weil dieses spiel und die wieder unlogischen kram von mir verlangt wie immer aber ist ja egal weil dieses spiel immer nur die ganze drum geht weil wir irgendwo lang gehen ja das sind cowboys was erwartet man überhaupt bei dem warum sie so assi schießen ist doch normal bei denen ich habe über die mich einfach rüber geballert ist mir auch egal oh shit oh shit wo gehe ich hin wo gehe ich hin wo gehe ich hin da hinten oh shit schnell weg hier jetzt kommt ein hinterhalt oh fuck willst du denn helikopter man hier helikopter man komm ich bin der helikopter was ist denn jetzt los oh mein gott ich bin dieses spiel dreht einfach nur durch jetzt am ende was anderes will es auch nicht mehr ist einfach nur durchdreht was soll das was hab ich euch getan dass ihr das wir jetzt antun müsst ey was ist das hier im spiel was ist denn immer los ohne skorpion so lass mich hier runter von mir aus ok wo muss ich lang schön dass wir euch immer ein beispiel am original nehmen dass wir hier jetzt auch so eine komische kletteraktion nach unten hat wo man immer hug macht wenn man runterfällt warum auch nicht hug machen wenn man hier die ganze runterklettert warum auch nicht einfach unlogisch hier runterklettern wenn es auch anders gehen würde nein macht eine unlogische komische sache hier wo man runterklettern muss weil was anderes gibt es ja auch nicht hier weil diesen spiel wo muss ich denn jetzt lang muss ich hier unten lang das ist das was ihr wollt wie der hug nein leider nicht dann eben halt nicht hug man weiß ja nie ob er hug macht wer bist du kann ich ihn abballern was ja ihr seid spinn nein geh weg du bist die heuschrecke warum cyber heuschrecke irgendwie mit roten augen was machst du ey herauf bra brap 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 bärhook beste geräusche Oh, Mann, ey! Lass dich doch durch, okay, alles klar. Wo geht's dir eigentlich lang? Ich muss doch kurz speichern, so, alles klar. Äh, wo passt er hier runter? Okay, gut. Gut, dass es hier weitergeht. Oh nein, lass mich ruhig, ihr blöden Heuschrecken. Er ist aber nicht rauf gestorben, ist gestorben. Er ist auch nicht rauf gestorben, ist gestorben. Okay, von mir aus. Okay, okay, Tesperado, Mann. Ich geh mir bloß aus dem Weg, dankeschön. Gut, dass wir die Brücke geredet haben. Hey, du Arschloch. Okay, das machst du so nicht nochmal. Ja, einfach die Brücke zerstört, jetzt muss ich ja woanders lang gehen. Nein, auf der Tesperado, Mann. Yeah, coole Rolle. Okay, von mir aus. Tumme Menschen, dumme Viecher, die coole Stunts machen. Ja, hat er das gesehen? Das ist richtig, yeah. Dann haben wir weggefetzt, es sei immer, es sei mir alles scheißegal. Also, brauche. Oh, okay, dumme Viecher, dumme Geräusche, alles ist dumm. Müssen wir mal Raketenwerfer. Ah, danke fürs AMG. Okay, mach ich mal alles hier mal kaputt und noch mal ein bisschen Munition zu geben. Was ist denn da drin? Noch mehr Munition, okay. Munition, Munition, Munition und Rüstung und alles, was man zu übergeben braucht. Noch mehr Rüstung, noch mehr Munition, warum auch nicht. Ich finde, die habe ich mir wirklich verdient. Damit hätten wir mal wieder ein bisschen Munition. Ne, mal anders teil. Und her, mir Raketenwerfer, weil man weiß ja nie, wann man den braucht. Sobald ich, die hätte ich ihn eh gebrauchen können bei dem Helikopter. Nur, ich habe nicht dran gedacht. Ja, nur rüber. So. Einmal speichern hier das Ganze. Und weiter geht's. Okay, was haben wir hier? Oh, noch so einen Käfer. Und ich springe auch schon an den Küsten lang, weil dummes Banditenland. Und hat der nichts Besseres zu bieten, als dumme Kanten, wo man lang rein muss, den ganzen Tag. Und was anderes macht man hier nicht. Oh, noch mehr. Okay, eine tot. Das ist gut geregelt. Also, ich finde, ich habe die gut tot gemacht. Ich finde die Sniper-Schüssel mega geil. Das freut mich natürlich, wenn wir das so hören. Ich habe hier Live-Kommentare an meiner Seite. Das ist natürlich auch mal schönes, unlogisches, unlogisches Lauf. Unlogisches. Wer macht denn sowas? Was soll das? Können wir nicht einfach normale Gänge benutzen oder sowas in der Art? Danke. Ich mag die Sniper übrigens sehr gerne. Das macht mir sehr viel Spaß. Oh Gott. Äh. Kommt wieder ein Helikopter oder so? Nee, nur Heilung, die ich nicht brauche. Okay. Von mir aus kriege ich einfach hier hinten. Ja, hier wieder so eine blöde... Ist das so? Na, dann mal los. Dann mal los. Mal sehen, wo deine nützliche Energiequelle ist. Oder was das ist. Bestimmt ein Riesendino oder sowas. Wenn du das darunter verstehst, dann bist du echt bekloppt. Geh jetzt auf den Baum wieder rauf. Ja. Ja. Hier ist aber nichts. Okay, dann nehme ich halt dich. Ich glaube... Oh Gott, das ist hier so einer von denen. Ja, du bist super schnell aus Trink, den ich so richtig treffen kann, wenn ich ihn nicht wegbewege. Ihr seid so schlecht. Ihr seid schlechter als die russische Oma, aber tu... Und hier ist doch der Storm so schlecht seid ihr, ey. Wenn nicht noch schlechter, ey. Das ist doch heute mal so heftig. Das ist so... Das kann doch nicht. Das geht einfach nicht. Es kommt hier gleich das nächste unlogische Wetten. Der kommt jetzt gleich hier. In Deckung. Wir starten unseren Bombenangriff. Okay. Ich geh da mal. Wer oder was bist du? Was soll das werden? Oh shit. Geht er meine Richtung? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh Gott. Oh shit. Hier macht woanders deine Bomben. Alter, bist du ja irgendwie nicht ganz dicht? Tja, ist klar. Ja, nehm mal meine ganze Rüstung weg. Warum nicht gleich so, ey. Hättest du ja auch einfach gleich alles klauen können, du blöder Assi, ey. Weil warum kriege ich auch eine Rüstung, wenn ja auch wieder der kommt wieder. Jetzt habe ich wieder neun Rüstungen. Ja, das ist ja erst unsichtbar. Das weiß ich nicht beklettern kann. Es gab übrigens mal ein Half-Life 1-Watt, der hieß Wanted. Da konnte man ein Spare spielen mit einer Westernknarre. Das war ziemlich lustig gewesen. Da mussten wir andere Banditen umbringen. Und die beste Waffe war so eine Kanone gewesen, die man in die Hand nehmen konnte. Das war witzig. Hallo. Nein. Und du auch nicht. Hast du gerade ein dummes Gewehr benutzt? Ja, danke. Schön, dass wir darüber geredet haben. Du bist tot, ich nicht. Du bist tot und ich nicht. Hehehe. Du bist tot und ich nicht. Ja, ja, alles. Einfach alles nehmen und dann... Was hab ich denn jetzt wieder gefunden? Hä? Was bist du denn jetzt geworden? Was? Ah, sie überhitzt die Waffe nicht mehr so schnell. Okay. Geil. Gut zu wissen. Wir haben so einen Aufsatz bekommen. Einfach so einen Aufsatz. Okay. Von mir aus. Nehmen wir mit. Also so ist es ja nicht. Also ich sag ja nicht nein zu so einem komischen Aufsatz. Die einfach so... Der einfach so da ist. Den nehmen wir ja mit. Den nehmen wir ja mit, ne? Den nehmen wir ja mit. Angriss vor Stimmen! Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal bei Gunman. Und dann spiel mir nächstes Mal weiter. Tschüss. Tolles Ende.